Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Je nach Jahreszeit sind bei GOP immer mindestens zwei bis drei Herdöpfelsorten erhältlich. So können Sie für jedes Gericht jeweils den passenden Kochtyp unter denen für die Ernährung so wertvolle Knollen auswählen. Sei es jetzt zum Beispiel für eine Spezialität aus der Provence, eine herzhafte Röste oder auch mal für eine ungewohnte Beilage wie die Senfherdöpfel. Im Bernpiet, in der Umgebung von Betterkinder, wird zurzeit die Charlotte, besonders festkochende Spezialsorte geerntet. Trotz dem Einsatz von modernsten Maschinen braucht es auch da noch viel aufwendige Handarbeit, bis die Herdöpfel nach Kaliber und Qualität sortiert und alte Knollen, Kraut und Stein entfernt sind. Die Charlotte gehört übrigens zum Kochtyp B bis A. Das geheisst, sie ist ideal für Herdöpfelsalat, für Salzherdöpfel und Geschwälte, aber zum Beispiel weniger gut für Pommes frites. Mehr Interessantes und Wissenswertes zum Thema Herdöpfel enthalten die Broschüre, die jetzt in Ihrem Goldbladen erhältlich ist. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar interessante Angebote. Bis am nächsten Zistig gibt es bei Coop die Kartoffeln des Monats. Charlotte, zweieinhalb Kilo nur, 2.75 Franken. Ein idealer Haushaltsvorrat, zwei Packungen Gala-Spaghetti statt 2.60 nur 1.90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kackt das Rindfleisch per Kilo nur 10 Franken. Ein Kilo Nektarine für nur 2.40. Zum Schluss noch ein Preisabschlag. Eine Packung an 500 Gramm Gold starre Blattspinat kostet nur 2.40. Auf Wiedersehen!